Hallo und herzlich Willkommen bei Dr. Oetkers Weihnachtswerkstatt. Bei mir heute Chris Stephan. Hallo, Servus. Wir machen heute eigentlich das Klassische überhaupt in Sachen Weihnachtsbäckerei und zwar Lebkuchen. Schon mal gemacht? Ich kenne Lebkuchen vom Supermarkt. Ich habe auch schon welchen Geschenk bekommen, aber ich bin mir sicher, jetzt kriegen wir was ganz tolles hin, oder nicht, Oliver? Lebkuchen selber machen ist immer gut. Zu Beginn den Honig mit ein bisschen Wasser erwärmen und dann mit Roggen und normalem glatten Mehl zwei Eiern, die im Saft einer Zitrone und der weichen Butter in einer Schüssel vermengen. Ganz wichtig ist Natron, damit das Ganze ein bisschen lockerer wird. Natron ist übrigens sehr universell einsetzbar. Bei den Cookies zum Beispiel ist auch Natron drin. Bei Keksen kann man es verwenden und wenn du den Spinat schön grün haben willst, dann gibst du es ins Kochwasser mit rein und nachher du es mit Eiswasser abschrecken, dann ist er schön grün. Und jetzt haben wir natürlich ein Lebkuchengewürz. Das besteht hauptsächlich aus Nelkenpulver, Zimt, Anis, unterschiedlich. Also das Lebkuchen hat ja eine ewig lange Tradition. So, jetzt kannst du aber aufhören. Vielleicht bist du ein bisschen ruhiger. Kurz, Oliver, warum Honig und kein Zucker? Ganz einfach, Lebkuchen hat eine wirklich schon jahrtausendealte Tradition. Ursprünglich haben die Römer zum Beispiel auch schon so ein Honigbrot gemacht und damals gab es einfach noch keinen raffinierten Zucker, so wie heute. Und da wurde Honig prinzipiell zur Süßung hergenommen und deswegen ist da Honig drinnen. War auch für die Pilger so ein Brot, was sie mitgenommen haben, weil es natürlich sehr lang hält. Den Lebkuchenteig nach dem Kneten in Klarsichtfolie wickeln und am besten über Nacht kühl rasten lassen. Danach den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche circa einen halben Zentimeter dick ausrollen und die gewünschten Formen ausstechen. Wie kann ich die am besten lagern? Naja, da gibt's einen guten Tipp und zwar, dass man in die Keksdose eine Apfelscheibe mit reinlegt. Der macht so Ausdünstungen der Apfel, dass der Lebkuchen schön weich wird. Also ein gut gemachter Lebkuchen kann bis zu einem halben Jahr ganz locker gegessen werden. Nun nur noch die ausgestochenen Kekse mit einer Glasur aus einem Ei und Milch bepinseln, damit sie nach dem Backen bei 180 Grad für 10 Minuten einen schönen Glanz haben. Die Kakaoglasur ist ganz wichtig, dass wir sie nicht zu heiß machen. Die soll langsam vor sich hinzimmern, also das Wasser soll nicht kochen. Wenn Sie Kekse mit so einer Kakaoglasur dekorieren, dann ist es wichtig, dass es die richtige Temperatur... Was sagst du dazu? Das ist wunderschön. Die richtige Temperatur haben. Jetzt hätte ich noch gern, dass du so eine Zuckerschrift nimmst da und nur ein bisschen bunter wirst, okay? Weil das kommt auf den Weihnachtsbaum. Das Grießkindl kommt nicht zu Besuch, wenn die Schirch sind, verstehst? Wenn Sie den achten Keks glasieren, sollte die Glasur am ersten Keks bereits angezogen sein. Dann hat die Glasur die richtige Konsistenz und Temperatur. Der weihnachtlichen Dekoration der Kekse sind schließlich mit Gebäcksschmuck und Zuckerschrift keine Grenzen gesetzt. Ein kleiner Tipp, wenn die schön erkaltet sind, sie müssen jetzt noch mal für 20 Minuten schön kalt sein, einen Faden durchziehen, davor haben wir ein Loch reingemacht und dann können Sie das am Grießbaum aufhängen. Das kostet mir eins. Das gehört dir? Ja, und das gehört mir. Grüß Gott, dass du da warst. Also wenn du dir das Rezept nicht gemerkt hast oder sie jetzt nicht mitgeschrieben haben, gar kein Problem, dann gehen Sie auf die Homepage von dr. oedgar.at. Dort finden Sie viele Backtipps und natürlich alle Rezepte. Das nächste Mal schalten Sie wieder bitte mit ein, denn da ist die India, die ist vom Kidi Contest bei mir zu Gast. Und hier gibt's, was gibt's? Kampfer soll es? Was gibt's? Sie singt sie uns. Nein, singt sie nicht. Wir machen ein Vanillegepäck.